Manuela Martini, Der Tod ist unter uns. Gelesen von Noroffen-Waldstätten. Eine Produktion von Arena Audio. An jenem Morgen hatte ich Liefke mit meinem Handy fotografiert. Wenn ich gewusst hätte, was passieren würde, hätte ich es vielleicht nicht getan. Naturvölker wollten nie, dass man sie fotografiert, weil sie glaubten, dass man dem Abgelichteten damit seine Seele raubt und er bald sterben wird. Warum behaupten wir immer, dass das Unsinn ist? Bis zum frühen Abend vor zwei Tagen verlief alles wie für unsere Studienfahrt nach Rom geplant. Glaubten wir, die 31, nein, nur 30 Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe des Hildegard-Gymnasiums Ingelheim. Die Sonne schien vom strahlend blauen Himmel. Ich erinnere mich genau. Den Innenhof des Klosters erfüllte ein süßer Blumenduft. Der Brunnen in der Mitte plätscherte munter, wie es in einem Gedicht heißen würde, und Liefke und ich hockten auf der Stufe unter dem Säulenumgang, genossen die frühsommerliche, südliche Wärme und tunkten italienisches Weißbrot in unseren Kaffee-Latte. Liefke trug ihr gelbes Top, obwohl Herr Rentsch, unser Klassenlehrer, ausdrücklich Schulterbedeckendes angeordnet hatte. Das war das Nervtötende an diesen Kirchenbesichtigungen, die altmodische, frauenfeindliche Kleiderordnung. Am Ende würde Liefke, wie schon am Tag zuvor, die Stoler von Frau Dr. Barth Käferlein umhängen müssen, damit sie in die Kirche durfte, dachte ich. Liefke musste immer was Besonderes sein. Sie brauchte Bewunderer, musste die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das hing wahrscheinlich auch damit zusammen, dass sie zu Hause die jüngste von drei Mädchen war. Auch ich bewunderte sie, wegen ihres Aussehens, wegen ihres souveränen Umgangs mit Jungs, die sie abblitzen und antanzen ließ, wie es ihr gerade passte, und wegen ihrer rebellischen Art. Sie scherte sich kaum um gute Noten, im Gegensatz zu mir. Ich habe immer das Gefühl, nur geliebt und beachtet zu werden, wenn ich gute Zensuren habe. Für den Vormittag standen die Katakomben an der Via Appia Antica auf dem Programm, ein Höhepunkt unserer Besichtigungen. Voll cool, endlich mal was Gruseliges, meinte Liefke beim Kaffee Latte, verdrehte die Augen und leckte sich die Milch von den Lippen. Sie hatte leichten Lipgloss aufgelegt und die Wimpern getuscht. Ihr schulterlanges blondes Haar floss wie Wasser makellos glatt vom Scheitel herunter. Ich fragte mich in diesem Augenblick erneut, wie sie es schaffte, immer so perfekt auszusehen. Gruselig? Ich zuckte die Schultern, schob mir die Brille hoch und blies mir die widerspenstigen dunklen Locken aus der Stirn. Das sind die unterirdischen Gräber der Christen, als das Christentum verboten war. Mehr nicht. Ja, und sie hielten da heimlich ihre Gottesdienste ab, schaltete sich Sebastian in unser Gespräch ein, woraufhin Liefke erneut die Augen verdrehte. Und in den Kalixtus-Katakomben haben sie die heilige Cecilia bestattet. Angeblich hat man dreimal versucht, sie zu enthaupten. Sie hat immer überlebt. Cool, oder? Er zuckte krampfartig mit dem Kopf und grinste dann. Sebastian ist ein bisschen kleiner als ich und viel kleiner als Liefke, die aus diesem Grund besonders gerne auf ihn herunterschaut. Seine Haut ist ungewöhnlich glatt und eher blass, was sein gekräuseltes Haar, das meist unter einer olivgrünen Schegewara-Kappe hervorsieht, noch dunkler wirken lässt. Er ist ein weißer-schwarzer, meinte Liefke einmal kopfschüttelnd. Ach, Basti, du bist so klug! Basti wurde rot. Liefke wusste genau, wie sie das anstellen musste. Sie brauchte ihn bloß, Basti zu nennen und ihn direkt anzusehen. Sebastian ist tatsächlich einer der klügeren Jungs in unserer Stufe. Außerdem interessiert er sich nicht nur für Computer und Computerspiele wie die meisten seiner männlichen Artgenossen, sondern mit ihm kann man sogar über Probleme reden. Er ist ein guter Zuhörer und hilft nicht selten mit einem Vorschlag weiter. Ich mochte ihn eigentlich und deshalb tat er mir in dem Moment leid. Außerdem war es kaum zu übersehen, dass er Liefke echt toll fand. Und da passierte es. Warum bist du immer so gemein zu ihm? Fragte ich. Warum? Sie zuckte die Schultern und sah mich mit unschuldigen Rehaugen an. Ein Blick, den ich überhaupt nicht an ihr mochte. Wieso soll ich nett sein, wenn ich keine Lust dazu habe? Du bist echt eine arrogante Ziege. Na und? Und du bist ein kleiner Arschkriecher! Zischte sie zurück und zog die Oberlippe hoch, sodass ihre spitzen Schneidezähne zum Vorschein kamen. Ich grinste nur schief. Wir beide wussten nur zu gut, wie wir uns gegenseitig ärgern konnten. Manchmal fragte ich mich, warum wir überhaupt befreundet waren. Es musste eine Art Hassliebe sein, weil wir so unterschiedlich waren. Doch nach diesem Angriff wendete ich mich ab und beschloss, Liefke erst einmal links liegen zu lassen. Sebastian bekam von unserem Schlagabtausch nichts mit. Er stand inzwischen bei Alex und Darian, den beiden Überfliegern in Mathe und Physik, die meistens unglaublich spannende Gespräche über Quantenphysik oder New Age führten. Seltsam. Aber ich kann mich fast an jedes Wort und jede Geste erinnern, die ich an diesem Tag wahrgenommen habe. Ich werfe einen Blick auf die Uhr. Noch eine Viertelstunde, dann muss ich los. Mit angehaltenem Atem lausche ich den Schlafgeräuschen von Julia und Sandra und schließe selbst noch mal für einen kurzen Moment die Augen. Völlig frisch und bester Laune war Frau Dr. Bart Käferlein aus dem Frühstücksraum gekommen und natürlich hatte sie ihre Stola umgehängt. Ich glaube, sie nahm sie nur für Notfälle mit. Für Leute wie Liefke eben. So, dann mal los. Ich hoffe, ihr habt alle gutes Schuhwerk an. Wir haben ein Stück Weg vor uns. Ich dachte an meine Sneakers und fragte mich, ob das tatsächlich Schuhwerk war. Liefke stöhnte und murmelte. Es gibt doch Busse, die einen direkt vor die Tür dieser verfluchten Katakomben fahren. Liefke, hast du noch was zum Drüberziehen dabei? rief Frau Dr. Bart Käferlein noch. Klar, log Liefke und schwenkte ihr winziges Rucksäckchen, in das höchstens ein Seiden-Neglischee reinpasste. Wie Frau Dr. Bart Käferlein wahrscheinlich Liefkes hautenges, durchsichtiges Topf für abends nennen würde. Und ihr Handy natürlich. Um Punkt 10, erinnere ich mich, verließen wir geschlossen das Kloster, in dem man früher mal, wann auch immer das gewesen sein mochte, Pilger beherbergt hatte. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass dieser Ausflug nicht so enden würde wie geplant. Die Bilder in meinem Kopf sind düsterer oder auch greller als die wirklichen und sie lassen sich nicht so einfach löschen wie auf einem Handy. Sie sind gespeichert in den Gehirnwindungen und bei jedem Aufwachen werden sie automatisch hochgeladen, wie Daten auf einer Festplatte. Ich muss die Vorstellung löschen, sie austauschen, gegen die Wirklichkeit, sage ich mir, als ich mich an den Betten von Julia und Sandra vorbei aus unserem Zimmer schleiche. Schwer und sternenlos hängt der Nachthimmel über mir, als ich durch die Kloserpforte schlüpfe, gerade noch bevor sie zugesperrt wird. Auf dieser Straße kommen immer Taxen vorbei, habe ich die letzten Tage festgestellt. Es ist eine stark befahrene Straße, über die man zu Piazza Navona und zu den bis in die späten Nachtstunden belebten Plätzen und Gassen gelangt. Wie gern wäre ich jetzt mit Levke dorthin unterwegs gewesen. Wir hätten an einem Brunnenrand gesessen und den Feuerschluckern zugesehen. Und Levke hätte ganz sicher irgendwo in der Menge der Armband- und Ethnoschmuckverkäufer einen coolen Typen ausgemacht. Sie war so anders als ich. Genau deshalb haben wir uns gebraucht. Ergänzt. Gemocht. Deshalb waren wir Freundinnen. Gerade noch rechtzeitig reiße ich den Arm hoch und das Taxi fährt an den Bordstein. In die Via Appia Antica 110. Zu den Calyxus-Katakomben, sage ich und lasse mich auf den Rücksitz fallen. Die haben jetzt geschlossen, Signorita, wendet der Taxifahrer ein, während er mich misstrauisch im Rückspiegel mustert. Vielleicht denkt er, ich bin eine Prostituierte oder ein Junkie oder womöglich auch beides. Wer sonst will nachts wohl an solch einen Ort? Ich möchte ja auch nicht hinein, lüge ich und versuche entspannt zu wirken, indem ich ihm ein leichtes, kurzes Lächeln schenke. Dabei zittere ich vor Angst und meine Hände und Füße sind kalt und feucht. Der Fahrer seufzt und legt endlich den Gang ein. Ich atme aus. Noch knappe 50 Minuten Aufschub. Wenn der Täter an den Tatort zurückkehrt, setzt er sich nochmals mit dem, was er getan hat, auseinander. Das ist eine Tatsache, sage ich mir zum wiederholten Mal. Ich versuche, mich ein wenig zu entspannen, lehne den Kopf zurück und schließe die Augen. Und dann rufe ich mir nochmal diesen schrecklichen Tag vor Augen. Kaum zu glauben, dass es erst vorgestern war. Eine Stunde, nachdem wir vom Kloster aufgebrochen waren, erreichten wir endlich nach einer endlosen Fahrt in einem öffentlichen Bus und einem Fußmarsch über die staubige Via Appia Antica den Eingang der Katakomben. Als wir durstig und schon total müde dort ankamen, stieg gerade eine Gruppe grauhaariger deutscher Touristen munter plaudernd und noch völlig frisch in den wartenden, klimatisierten Reisebus. Sieh dir die an und wir werden uns nicht mal im Alter sowas leisten können, hörte ich Levke brummen, die ein ganzes Stück vor mir, neben Sandra und Julia ging. Wir vier trafen uns öfter nach der Schule, um ins Kino oder shoppen zu gehen. Sandras Bruder ist mit Levkes älterer Schwester verlobt und hin und wieder machten sich Levke und Sandra über die beiden lustig. Julia ist ein echtes Geschichtsgenie. Man könnte sie nachts wecken und fragen, welches Leibgericht Papst Urban hatte und sie würde die richtige Antwort geben. Hätte ich nicht wenigstens Julia heute Nacht mitnehmen sollen? In mir werden Zweifel wach. Warum nur denke ich immer, ich müsste alles allein durchziehen? Weil mich meine Mutter so erzogen hat, ihr nur keine Unannehmlichkeiten zu bereiten, war und ist meine Lebensdevise, seitdem uns mein Vater verlassen hat. Außerdem hat sie schon genug Sorgen und Mühe mit meiner behinderten Schwester. Ob Levkes sich jemals solche Gedanken gemacht hat? Ich sehe zum Seitenfenster hinaus und vor die Bilder der nächtlichen Straßen schieben sich die von vor zwei Tagen. Vor dem Eingang zu den Katakomben grinste eine hässliche Steinfratze mit weit aufgerissenem Maul aus der Mauer. Das wurde damals als eine Art Lügendetektor benutzt, erklärte Frau Dr. Barth-Käferlein. Die Beschuldigten mussten ihre Hand in den Mund stecken. Sie schob ihre Hand zwischen die steinernen Lippen des Ungeheuers. Wenn sie die Wahrheit sagten, konnten sie die Hand wieder unversehrt zurückziehen. Sie ließ die Hand im Maul. Aber wenn man log, dann wurde die Hand abgebissen. Sie zuckte zusammen, verzog schmerzhaft das Gesicht. Wir lachten, obwohl es ein zu erwartender Witz war, aber Frau Dr. Barth-Käferlein machte selten Witze. Wir lachten also aus einer Art Höflichkeit und Anerkennung für ihre Bemühungen, einmal lustig zu sein. Sie schrie auf und zog ihre Hand zurück. Da sahen wir ihn, den Skorpion auf ihrem Handrücken, den Stachel tief ins Fleisch von Frau Dr. Barth-Käferlein versenkt. Der einheimische Führer eilte herbei und geleitete unsere blasse Lehrerin fürsorglich in das Verwaltungshäuse mit dem abblätternden Verputz. In Kirgisien sollen sie einen Geständnistrank aus Skorpionen brauen, hörte ich Levke Sandra zuraunen, die daraufhin kicherte, und es kränkte mich, dass Levke gar keinen Versuch unternahm, das Schweigen zwischen uns zu brechen. Die beleuchteten Bars und Restaurants mit den lachenden Menschen, den Pärchen, den geschäftigen Kellnern ziehen hinter den Fensterscheiben vorbei, wie in einem Film, in dem ich gern mitspielen würde. Aber ich bin ausgeschlossen. Ich sitze in diesem Taxi, das mich aus der Stadt, dem Leben hinausfährt, in die unterirdischen Städte der Toten. Der Weg in den Abgrund, dachte ich, als wir das steinende Portal zur dunklen Vergangenheit der Christen durchschritten. Mit jedem Schritt, mit dem wir die engen, ausgetretenen Stufen in die Tiefe hinunterstiegen, wurde die Luft dicker und feuchter, legte sich wie ein nasses Tuch über die Lungen, machte das Atmen schwerer. Und mit jedem Schritt wuchs mein Widerstand, weiterzugehen. Hier sind auf fünf Ebenen und einer Länge von 20 Kilometern schätzungsweise 500.000 Christen beigesetzt worden, darunter 16 Päpste, erklärte unser Führer und für einen kurzen Moment waren wir alle still. Man soll eine unbekannte Bakterienart in einer der Katakomben entdeckt haben, hörte ich jemanden hinter mir flüstern. Levke lachte. Es war bestimmt ihr Lachen. So lachte nur sie, mit diesem Triller, als sei sie ein Vogel. Ein großer, bunter Vogel. Mir fielen die Archäologen ein, die die Grabkammer des Tutankhamun geöffnet hatten und dem Fluch des Pharao zum Opfer gefallen waren. Man nahm an, dass eine tödliche Bakterienart dort überdauert hatte. Und wenn das hier auch der Fall sein sollte, dachte ich und ging mit einem mulmigen Gefühl im Bauch den anderen im Gänsemarsch hinterher. Die Augen brauchten eine Weile, um sich vom hellen Frühlingstag an das dämmerige Licht dieses unterirdischen Massengrabes zu gewöhnen. Nach und nach konnte ich erkennen, dass rechts und links des engen Weges horizontale Spalten ins Erdreich getrieben worden waren. Gigantische bis an die Decke reichende Regale. Allerdings leer, wie ich zu meiner Enttäuschung feststellte. Hier wurden nicht nur die Toten bestattet, sondern auch Gottesdienste abgehalten, als sie verboten waren, hallte die Stimme des italienischen Führers heran, als ein spitzer Schrei seinen Vortrag unterbrach. Ich drehte mich um und sah Julia, die theatralisch eine Hand vor den Mund gepresst hielt. Mit der anderen zeigte sie in einen mit einem rot-weißen Band abgesperrten Nebengang, wo in den Regalfächern deutlich Skelette zu erkennen waren. Bis zur Decke waren die Fächer vollgestopft mit bräunlich-gelblichen Knochen und Schädeln. Zutritt verboten, stand dort in mehreren Sprachen auf einem Schild. Der Tod lauert überall, raunte hinter mir eine Stimme. Es war Tadeus, der mich aus seinen kajalumrandeten Augen angrenzte. Als Gothic muss er sich heimisch fühlen, dachte ich, sagte Idiot und wandte mich wieder der Hauptgruppe zu. Unsere Wanderung durch die Eingeweide der Totenstadt dauerte länger als eine Stunde. Benommen taumelten wir wieder nach oben ans Tageslicht, ohne zu ahnen, was dort unten geschehen war. Im Rückspiegel fixieren mich die Augen des Taxifahrers. Er ist mir unangenehm. Wer weiß, welche Fantasien gerade in seinem Kopf toben. Ich wünschte, ich hätte eine Waffe. Ich umklammere meine Handtasche auf meinem Schoß. Aber ich habe nur ein scharfes Küchenmesser darin, das ich aus der Klosterküche habe mitgehen lassen. Nur so, aus einer Art archaischer Intuition heraus. Die Ampel vor uns schaltet auf Rot. Obwohl mir der Fahrer unangenehm ist, hoffe ich, dass die Fahrt noch viel, viel länger dauert. Ja, dass ich am Ende doch nicht aussteigen muss. Erinnere dich, sagt mir meine innere Stimme. Je klarer du dich erinnerst und die Wirklichkeit siehst, umso weniger kann die Angst von dir Besitzer greifen. Ja, ich erinnere mich. Frau Dr. Bart Käferlein erfuhren wir beim Ausstieg aus den Katakomben, war ins Krankenhaus gebracht worden, da ihr Handrücken erschreckend schnell angeschwollen war. An Levke dachte ich erst wieder, als wir in unserem Kloster angekommen waren. Frau Dr. Bart Käferlein mit einem dicken Verband um ihre Hand ihren Blick über uns, die wir verstreut im Innenhof hockten, streifen ließ und fragte, wo ist Levke? Niemandem schien ihr fehlen bisher aufgefallen zu sein. Herr Rentsch hatte sich beim Zählen immer auf die Käferlein verlassen und Julia und Sandra erklärten, sich den ganzen Rückweg lang intensiv unterhalten zu haben. Worüber, wollten sie nicht sagen. Natürlich fingen alle gleich an, wilde Spekulationen zu betreiben. Levke, die rebellische Levke, hatte wahrscheinlich einfach die Nase voll von langweiligen Übernachtungen im Kloster und kilometerlangen Wanderungen durch die ewige Stadt, stundenlangen Kirchbesichtigungen und endlosen Museumsbesuchen. Obwohl Levke ja meine Freundin war, musste ich in dem Moment einräumen, dass sie tatsächlich eine erschreckend profane Seite hatte. Sie hätte die Woche in Rom nur mit Shopping und Jungs auf Reisen verbringen können. Ob sie wirklich einfach auf Shoppingtour gegangen war? Herr Rentsch hüstelte schließlich und verkündete, die Polizei und Levkes Eltern benachrichtigen zu müssen, falls Levke bis zum Abendessen nicht wieder auftauchen sollte. Die zwei Stunden bis zum Abendessen erschienen mir wie eine Ewigkeit. Vergeblich hatte ich ein paar Mal versucht, Levke auf ihrem Handy zu erreichen. Ich war schon auf dem Weg in den Speiseraum, als mir unsere beiden Lehrer entgegenkamen und mich um ein kurzes Gespräch baten. Rixer, du bist auch mit Levke befreundet. Hast du eine Ahnung, wo sie stecken könnte? fragte Herr Rentsch. Ich schüttelte den Kopf, doch Herr Rentsch ließ nicht locker. Wann hast du sie denn das letzte Mal gesehen? Genervt zuckte ich die Achseln, dass Levke aber auch immer im Mittelpunkt stehen musste. Also du musst doch wissen, wo du sie zuletzt gesehen hast. Herrn Rentschs blaue Augen sahen mich durch seine randlose Brille an. Nein, weiß ich nicht. Ich habe nicht mehr auf sie geachtet, weil ich mich zuvor mit ihr gestritten habe, weil ich sie eine arrogante Ziegel genannt habe, weil sie mich daraufhin als Arschkriecher bezeichnet hat und ich danach nicht mehr mit ihr gesprochen habe, dachte ich, sagte es aber nicht. Mir war plötzlich übel. Verbissen starrte ich Herrn Rentsch an, dem die Panik alle frühsommerliche Farbe aus dem Gesicht getrieben hatte. Frau Dr. Bart Käferlein stand steif an die Wand gelehnt, die verbundene Hand in die Gesunde gelegt und nagte an ihrer Unterlippe. Rixa, bist du sicher, dass du uns nichts vorenthältst? Herr Rentsch hatte mich leicht am Arm angefasst und schaute mir durchdringend in die Augen. Wenn er einen nicht mit seinem Hundeblick ansehen würde und wenn er eine andere Frisur und andere Klamotten tragen würde, könnte er fast attraktiv sein, dachte ich, völlig unpassend in diesem Moment. Mit Ende 30 ist man nun mal nicht mehr ganz knusprig, dachte ich noch und daran, dass es meine Mutter so ausdrücken würde. Ich dachte all das, weil ich Angst hatte und mir nicht vorstellen wollte, dass Levke vielleicht etwas zugestoßen sein könnte. Ich sah sie plötzlich in einem dieser Regalfächer, eingeklemmt zwischen all den uralten Knochen und zerbrochenen Schälen. Hastig schüttelte ich den Kopf. Nein, bestimmt nicht, wir haben seit dem Frühstück nicht mehr miteinander gesprochen, antwortete ich. Nach dem Essen wurden wir in unsere Zimmer geschickt, kein Abendprogramm. Nachdem auch Herr Rentsch und Frau Dr. Barth Käferlein vergeblich versucht hatten, Levke auf ihrem Handy zu erreichen, teilten sie uns mit, dass man nun die Polizei informieren würde. Ich teilte das Zimmer mit Levke, Sandra und Julia. Zwei Betten auf der Fensterseite, zwei auf der gegenüberliegenden. Zwei Stühle und ein einfacher Tisch an der Stirnwand und über der Tür ein Kruzifix. Auf Levkes Bett, das neben meinem stand, lagen noch die drei T-Shirts, die sie alle am Morgen angezogen und sich dann doch für das Top entschieden hatte. Und wenn es mit Levkes Onkel zu tun hat, fing Sandra an, die auf dem Bett saß und an ihren Fingernägeln kaute. Den Musiker? fragte ich und erinnerte mich an den Bruder von Levkes Mutter, der einmal zu Besuch war, als ich mit Levke Mathe lernte. Ein schräger Typ, der damals gerade aus Estland zurückgekommen war, wo er mit anderen Musikern eine CD aufgenommen hatte. Langweiliges Zeug hatte mir Levke im Nachhinein erklärt. Was soll denn Wilko damit zu tun haben? fragte ich. Julia wollte ins Bett und verharrte mit der Decke in der Hand. Hat Levke nicht von einem Konzert in Mailand gesprochen? wandte sie sich an Sandra. Von Wilko? fragte ich. Julia nickte, schlüpfte unter die Decke und zog sie bis zum Kinn hinauf. Ja, bestätigte Sandra und strich sich wie Millionen Mal am Tag eine Haarsträhne hinters Ohr. Heute Morgen noch. Aber Mailand ist nun wirklich ein bisschen weit weg. Wieso sollte Levke einfach nach Mailand abhauen? Ohne mir etwas davon zu sagen. Das hielt ich für unwahrscheinlich. Selbst hinsichtlich der Tatsache, dass Levke oft ungewöhnliche, spontane Ideen hatte. Vielleicht ist Levke ja immer noch in diesen Katakomben, murmelte ich und starrte auf meinem Bett. Bis jetzt kann sich jedenfalls niemand daran erinnern, ob sie mit uns herausgekommen ist, meinte Julia. Du und Sandra, ihr seid auch mit ihr die Treppen hinuntergestiegen. Was ist denn danach passiert? Sandra und Julia tauschten einen Blick. Wir haben uns aus den Augen verloren, seufzte Sandra. Sie ist irgendwo stehen geblieben oder in einen anderen Gang abgebogen. Mir ist ganz schlecht. Sandra legte die Hände auf den Bauch und verzog schmerzhaft das Gesicht. Also, um die Sache mal ganz nüchtern zu betrachten, sagte ich, um meine eigene Angst zu überspielen. In den Katakomben wimmelt es den ganzen Tag von Touris. Die Führer kennen dort jeden Winkel und dann sind da auch Archäologen, die in den einen oder anderen Teil kommen. Sie kann sich dort gar nicht verlaufen haben. Sie hätte Stimmen gehört, Wegweiser gesehen. Und vielleicht, Julia versuchte wohl die gleiche Selbstberuhigungsschiene wie ich, vielleicht hat sie sich einfach nur einen netten Tag in der Stadt gemacht und schlürft gerade in irgendeiner Bar. In diesem Moment vibrierte mein Handy. Die SMS kam, ich wollte es nicht glauben, von Levke. Ich wollte die freudige Nachricht schon herausschreien, als ich den Text las. Sag niemandem etwas. Es ist was passiert. Komm heute Abend um 23 Uhr in die Kirche Santa Clara. Und? Ich sah in Julius und Sandras erwartungsvolle Gesichter und schüttelte den Kopf. Nur meine Mutter. Statt sofort zu Herrn Rentsch oder Frau Dr. Bart Käferlein zu gehen, hielt ich mich an die Aufforderung und sagte nichts. Allerdings hatte ich noch keine Ahnung, wie ich mich unbemerkt aus dem Kloster schleichen sollte. Die Idee kam mir erst etwas später. Ich erinnerte mich, dass Levke am Tag zuvor eine Flasche Wodka gekauft und in ihrer Reisetasche versteckt hatte. Für unsere Party hatte sie mir zugeflüstert. Levke hätte sicher nichts dagegen, wenn ich den Wodka an Julia und Sandra ausschenkte. Auf den Schock sollten wir was trinken, sagte ich und tat so, als sei es meine Flasche, die ich aus dem Schrank nahm. Als wir dann die Flasche kreisen ließen, versuchte ich, nicht allzu viel davon zu trinken. Es dauerte kaum eine Stunde und die beiden lagen selig auf dem Rücken in ihren Betten und schliefen. Julia schnachte sogar. Es war kurz vor 22 Uhr. Ich hatte keine Zeit mehr zu verlieren. Die Haustür wurde um 22 Uhr abgeschlossen, Kloster eben. Auf Zehenspitzen schlich ich mich über den Flur hinunter ins Erdgeschoss. Hinter der einen oder anderen Tür hörte ich Stimmen, aber niemand begegnete mir. Das Zimmer mit dem Fenster zum Gang vor der schweren Eingangstür war unbesetzt. So viel Glück kann man gar nicht haben, dachte ich und schlüpfte hinaus. Für einen kurzen Moment genoss ich einfach die Wärme und die Geräusche der römischen Nacht, bis mir wieder klar wurde, weshalb ich hier stand. Die Kirche lag nicht weit entfernt. Ich musste nur die Straße überqueren und dann die dritte Straße nach rechts nehmen. Anfangs begegnete mir noch eine Gruppe gut gelaunte skandinavischer Schüler. Jedenfalls waren sie alle blond und die Worte, die ich aufschnappte, hörten sich so an wie die Sofa und Regalnamen bei Ikea. Wie sehr wünschte ich in diesem Moment, dass ich zu ihnen gehören würde und mit ihnen so sorglos lachen könnte. An der nächsten Straßenecke schon war ihr Lachen kaum noch zu hören und dann war es auf einmal ganz still. Ich war angekommen. Düster ragte die Fassade mit den vielen Spitzen vor mir in den Wolken verhangenen Himmel. An Beleuchtung hatte man gespart. Sicher gehörte die Kirche zu den weniger Bekannten. Dann erst fiel mein Blick auf das Schild an der gewaltigen eisenbeschlagenen Pforte. Baustelle. Zutritt verboten. Selbst mit meinem dürftigen Italienisch verstand ich das. Tatsächlich wehten Abdeckplanen vom Dach, mehrere Sandhaufen waren auf dem Bürgersteig zu sehen, ebenso aufgeschichtete Steinplatten. Warum will Levke sich ausgerechnet in einer renovierungsbedürftigen Kirche treffen? Als ob es in Rom keine Cafés gäbe. Einen Augenblick lang überlegte ich, sie anzurufen, zu fragen, ob sie sich vielleicht geirrt haben könnte, doch dann entdeckte ich an der linken Seite der Kirche eine spaltbreit geöffnete Tür. Hatte man vergessen, sie abzuschließen oder war dort Levke hineingegangen? Als ich darauf zuging, pochte mein Herz wie wild. Ich konnte die laue Abendluft auf meinem Gesicht spüren und ein Schauer lief durch meinen Körper, als ein kalter Luftzug durch das offene Kirchenportal drang. Dann trat ich in die Düsternis. hinter mir fiel die Tür zu. Der Geruch nach Weihrauch lag in der Luft. Und dann geht es um die Tür zu. Und dann geht es um Vielen Dank.